ARD Text im Auftrag von Funk 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 Aua, fuck! Was ist jetzt passiert? Aua, fuck! Was ist jetzt passiert? Fuck, keine Ahnung Äh... WAL? Was war das jetzt? Das war ne Mine! Hey, unser Cheap... Nein, nicht unser Cheap, scheiße Was ist denn noch da? Ja, Minen! Schau her, da ist sogar Schild! Achtung, Minen! Den ist schon meins! Wird sie gut gesichert Uh! Werden die auch mit Steinen auslösen? Ja, kann ich! Nee, das war ich! Ich glaube ihr scheiß Steine... Hast du jetzt geschossen? Ja! Oh, fuck! Die habe ich jetzt nicht gesehen Oh, fuck! Ja, meine Hand ist aufgebrochen gewesen Ja, meine Hand ist aufgebrochen gewesen Ah, nee, ihr habt doch riesen Splitter aus der Hand gezogen, ey Es schaut so grausam aus Held 4! Machen wir den Kerl herren! So, jetzt wird's interessant So eine Scheiße! Hilf dich, verdammt! Wie kriegen wir das Tor auf? Genau wie davor! Negative Kann man nicht irgendwie... Wie geht denn C4? Wie kann denn das legen eigentlich? Achso! Ich werde abhauen! Ich werde abhauen! Drei, zwei, eins... Hahahaha! Nicht gut! Nicht gut! Ich geh runter! Alter, hab ich schlecht geschossen gerade Partner entdeckt Dann haben wir die Kronenverstärkung Oh, da ist ein Heavy-Typ! Durchhalten! Wir kommen! Gerne hole ich grad Ja, komm her du Arsch! Ha, Molly! Er ist tot! Er ist tot! Und da ist ein Gyro! Jo, hab ich gesehen! Das war unser Gyro! Wir werden von dem Mörser behakt! Gib Gas! Der ist Welt! Check! Heavy! 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 Verdammt! Sie haben zu tief geworfen! Komm! 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 Stirb, du Scheiß Heavy! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Bist du tot? Verdammt! 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 Drei! 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 Go! Oh, das war jetzt knapp! Beste von oben! Ich weiß nicht! Ich weiß! Deckung! Geh! Deckung! Geh! Entdeckung! Verdammt ey! Verdammt ey! Seit wann ist fucker ein? Mussten ja schon ein bisschen! Philipp Vanille Zivil ist dein Freund! Das stimmt! Das war es schon immer! Scharfschütze ist das glaube ich! Hab ich gleich! Hast den? Nice! Da oben rennt einer! Ich habe keine Granaten mehr! Hab ich gleich! Aua! Fuck! Die treffen mich! Stirb du Arsch ey! Hab ihn! Fuck out! Da sind noch ein paar Heavys! Sind zwei sogar! Verdammt ey! Der Partner hat das Spiel verlassen! Warte fuck! Du hast das Spiel verlassen statt bei mir! Ach komm! Jetzt müssen wir den ganzen Stress nochmal machen! Aha! Jetzt hat irgendwer von uns die Internetverbindung verloren! Ach wie haben wir das jetzt nochmal gemacht mit der Einladung? Ach komm ey! Das ist doch kacke! Irgendwie hast du mir eine Spendenladung geschickt während ich... Aber warte mal! Ich versuche es gerade nochmal! Na warte ich habe schon eine Idee! Warte Koop! Warte hä was ist jetzt los? Ich tue irgendwo beitreten! Ich wollte doch eins erstellen! So! Das habe ich doch glaube ich auch! So F2! Koop! Warte mal kurz! So! Wir sind meine Freunde eingeladen! Schauen wir mal ob das funktioniert ey! Ach komm jetzt waren wir so weit drin in der scheiß Feste! Und jetzt sind wir nochmal rein! Ach so ne kacke ey! Ich habe eh Granaten! Mann, 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 Mann! Jetzt nur hat man eine AFK ey! Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! So schnell muss man was machen! Ja! EpicBoyPlay88! Ich habe einen YouTube-Kanal! Der ist auch unten verlinkt! Scheiße! Zäh! Kannst du ganz nettare Sachen! Flamme, wir können jetzt bewegt werden. Machen wir das, ja. Immer, das ist gut, das ist gut. So, gelernt. Wir könnten natürlich auch einfach das Fahrzeug nehmen, da irgendwie C4 vorne drauf kleben und durch das Ding da jodeln. Ich finde, das wäre halt dann eine Battlefield-Taktik. Oh, jetzt lädt es wieder. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wer ist das? Ist das Hartmann? Schaut aus wie Hartmann. Riecht wie Hartmann. Entschuldigung, die Unterbrechung. Meine Kollegen hatten gerade eine ziemlich lautstarke Diskussion, was sie heute Abend noch machen. Ist das Hartmann? Ja. Ja. Nur noch von vorne anfangen. Scheiße. Komm, ey, so ein Krack. Kann man hier einfach vorbeischleichen? Komm, die Katze. Bist du schleichen, oder was? Juhu. Wir sind Reinhold Messner. Unter Ötzi. Dammt, ich kann nicht hoch, weiter hoch. So. Gut, die Mieten haben wir umgangen. Wie kommen wir jetzt rein? Warum kommen wir jetzt die vier Action? Ich sehe mal hier nach. Warte. Okay. Ich sehe mal hier kurz nach, wo ich da hinkam. Gut, warte, ich komme mit. Autsch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Fahrzeug mit Minen bestücken und auf das Tor zufahren und rausspringen vorher. Das könnte auch funktionieren. Wir sind schon weit gekommen. Ja, wir sind schon weit gekommen eigentlich. Ich habe eine Schall geschaltet. Ich habe eine Schall gedämpfte Pistole. Ich bin eher der Feind von Wurfmesser. Der Feind? Der Freund. Der Freund. Ja, ich habe Feind verstanden. Soll ich unten rumschleichen? Oh, das sind zu viele. Warte, 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 warte. Komm, wir einfach wenn ich schießen soll. Danke. Sniper oben weg. Sehr gut. Wie sind wir da zu diesen, die Glühre, die zerstören, die crumble, oder? Hast du dich gesehen? Fuck, fuck, fuck. Schlimmer. Heavy? Fuck. Verdammt. Partner entdeckt, aber er ist tot. Wie zerstört man diese Funkdinger da? Muss man einfach nur drauf ballern, oder muss man die... Ach, scheiße. Ich kann die also nicht von oben deaktivieren. Nee. Ich nicht. Ich schieße auf... Welchen schiehst du? Ich schieße bei dem auf der Starttour, du schiehst auf dem anderen. Warte, da sind mehr... Ich sehe den auch nicht. Ja, den anderen sehe ich, der ist unten da. Dann schieße ich auf den anderen und du schiehst auf den oben. Ich sehe den bei der Starttour, okay. Unten den anderen sehe ich auch. Auf welchen soll ich schießen? Ich nehme die Starttour. Gut, dann nehme ich den unten. Drei, zwei... Warte, 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 warte. Warte, bewegt sich, bewegt sich. Oh Mann, ist aufregend. Jetzt tauschen sie, oder was? Ich sehe den anderen nicht mehr. Ich sehe nur mal den beim Feuer. Ich schieße auf den beim Feuer, du schiehst auf den Anfang. Eins, Feuer. Abhin. Da ist ein Heavy unter mir. Ich könnte mit C4 vielleicht lossprengen. Nein, 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 warte. Wir haben hier herum noch eh ein Problem. Noch ein Heavy? Nein. Man kann drauf schießen, das stimmt. Ja, dann... Weg mit ihm. Das ist doch Mörser. Mörser. Mörser ist gesichert. Ich deaktiviere den Alarm. Zwei Alarme übrig. Was? Haben sie sich entdeckt, oder was? Nee. Ich glaube schon. Also, mach mal. Wir müssen noch zwei Alarms deaktivieren. Ja, so, haben sie entdeckt worden. Da unten ist noch irgendwo, das ist der Heavy? Ich hab keine Ahnung, wo der Scharfschütze ist. Ich seh keinen Scharfschützen. Aber ich seh einen Heavy noch. Oder ist das ein Heavy? Ja, ist ein Heavy. Oh Mann, ey. Was? Shit, ich bin entdeckt. Ich hab dich entdeckt. Ich kümmere mich um den Heavy. Heavy ist da on. Kopfschuss. Ich übernehme den Mörser. Da muss nachladen. Unten ist noch einer. Ich seh ihn aber nicht. Ah, da oben ist er. Ist noch ein Heavy. Dampf wollte er nehmen, ey. So. Warte, warte. Haben wir's. Geil, Junge. Du kannst auf die Alarmteile schießen. Achso, wir können auf den Alarm auch schießen. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Festung gesichert. Geil. Oh, geil. Das war geil. Gute Arbeit, Hartmann. Oh, shit. Entschuldigung. Ups. Naja, es brennt ein bisschen. Ich hab ein bisschen Feuer gelegt. Weiter auspassen, wenn die sind ja nicht mehr von Noris Truppen angegriffen. Geil. Du hast noch eine Festung erobert? Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Das schränkt Pargans Möglichkeiten für Gegenangriffe ein. Jetzt fehlt nur noch Nurs Kopf. Nur was? Kann man hier irgendwo wieder Waffen kaufen? Ah ja, irgendwo da drin geht's. Hey, die Verbündeten sind da. Komm, auch mal. Oh, ich hätte eine RPG gefunden. Soll ich eine RPG mitnehmen? Ich glaube, ich kann mir eine RPG kaufen. Ja, ich hätte eine gefunden. Also ich kann nur gegen Maschinengewehr austauschen. Warte mal kurz. Ah, nee. Immer diese Typen. Warte, ich muss das mal einfach mitnehmen. Ich möchte es mal ausprobieren. Geil. Ja, Entschuldigung. Ich wollte es mal ausprobieren, Junge. So, wo ist jetzt das Ding hier? Der Waffenhandel? Braucht einen Muni. Ah, er hat ihn gefunden. Da, wo ich bin. Ja, das wird auch gemerkt. Wieso haben wir immer einen gefesselten Typen bei uns?